ich bin wieder da freunde willkommen ist das gut so habt ihr ein server oder ich bin ja auf server browser dann rennen moment des match fahren und banger race was ist denn ein banger race banger race ist so wie racing du musst sagen gewinnen was mit banger ich gehe mal warum sagt er mir anständig dass der anstaunt dass der server voll ist nein venus lippenpirat es gibt noch keine spotify list von mir aber können wir mal drüber nachdenken für mich für eigentlich geil diesen deathmatch ja ich suche gerade deathmatch ich glaube rené kann bestätigen dass du das mit ziemlich gut kannst so ich muss doch irgendwas das match noch drei minuten aber der server ist geschlossen man wollen die alle zu geben wie fandest du das ist von der linde bände also weißt du wie viele instagram messages ich bekomme mit diesen von der linde gang echt sagen alles mehr bist du eigentlich in der fandländer gang ja die sind ein red dead redemption 2 halt deswegen jetzt aber geil dass wir mit lenkrad rack fest spielt ob wir hauen sie irgendwo in den server irgendwo rein egal noch drei minuten nach der ist geschlossen wollen wir uns zehn runden deathmatch only nitro bull germany auf geht's so sieht's aus freunde rein rennen die olga aber hier nicht früh rausziehen leute 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 ja sie bedankt sich da gibt es gar eine kupplung die auch vielen dank levy danke dass du kevin den sieg im ersten rennen ermöglicht hast auch wenn ich nicht weiß ob ich mich da wirklich bedanken aber alter wie viele leute sind denn hier drauf kevin du heißt einfach nur kevin ja ich bin kevin wie heißt du auf dem name gaming ganz unspannend und rené ist r33 nehme ich ja direkt voll geworden ja nix beiler ist wieder dabei brenny ist dabei nix beiler dabei ist dabei ja geil leute wir machen jetzt auch ein community rennen bei rexfeld community recker wagen wählen ich habe nämlich zwei autos ich hab den rocket kann ich ein neues kaufen wenn du genug geld hast muss mir nur zehn subs überweisen wie kann ich denn also ganz kein tuning machen ja quasi noch nicht glaube ich wenn du kein geld hast ich habe viel geld ich glaube credits habe ich 14.300 also nicht ob du schon ein auto kaufen kannst viel 350 kann man sich nicht auf den nehmen das gab es doch mal dass man vor gefertigte nehmen konnte oder ach hier mietwagen boah was nämlich denn kann man den hier fahren ja unser server ist eigentlich voll jetzt schon oder dabei ja wer ist dabei kieskauer kieskauer jetzt nicht ja ich sehe nicht nimmt den greml geschrieben und den gremlin passt zu der starte das game alles ist hier nur eine sub chat oder was ich sehe nur die ganzen ja ich sehe auch nur subs hier bei mir wir sollen es haben die chat machen nur für geile leute nur für coole leute wollen wir nicht oder oh gott es hat funktioniert es hat funktioniert du hast ja ein bus Ich hab mich gedreht. Und tschüss. Der F-Gaming wäre mit dem Bus rum, Alter. Ich glaube, ich spinne. Oh Gott. Ey, Bernie Sanders ist auch dabei. Nice. Ja, Alter. Alle fahren auf dich. Alter, das kriegt man, wenn du einen Bus fährst. Leute, ich hab Passagiere dabei. Alter. Geld mit Futter, oder mehr? Alter. Das kriegt noch ein, Alter, ey. Gut dabei. Ah, ich crash ihn. Ich crash ihn ab. Ich bin neben dir. Zieh, zieh, zieh. Warte, ich setz mich zurück, da crasht mich keiner mehr. Warte, und tschau. Jetzt sind wir raus. Und tschüss. Oh Gott, ich bin raus. Was? Ey, ich bin doch gut dabei, Frau. Ich meine, ist dann komplett raus. Man kann nicht wieder respawnen. Was macht der Raster eigentlich jetzt? Ah ne, doch, man kann respawnen. Kannst du? Ja. Alter. Nein, Alter, hart damit. Der Bus funktioniert nicht gut. Warte mal, ich muss mal den Sound runter dringen, glaub ich. Hauptlautstärke 20. Oh! Du bist demoliert? Was? Du kannst wieder beitreten, da musst du einfach A drücken. Oh Gott, ich lieg wieder auf der Seite. Hey, ich lieg die ganze Zeit auf der Seite im Bus. Das ist nicht geil. Fünfzehnter? Was? Bitte? Oh, der ist wrecked, genau. Auf vier. Ich bin sechzehnter, ich weiß nicht warum. Nix Beiler. Und tschüss. Komm her Sunny. Komm her Sunny. Oh mein Gott. Wrecked. Du? Ich bin auf Platz zwei jetzt. Kann gar nicht sein. Echt? Ja. Er hat doch grad den Watkins Glen gezeigt, wie gut er ist. Schon bin hier gerekt, ich bin auf eins. Wie kann ich respawnen jetzt? Einfach A drücken. Einfach fährt er enter oder so. Ach, hi Calvin. Komm her. Komm her. Oh mein Gott. Komm her, Schatzi. Du fährst halt von mir weg. Oh mein Gott. Okay, das ist gut. Ach, da bist du. Komm her. Oh nein, 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 nein. Das ist ja keine gute Ansicht. Ich bin wieder auf dritte geschoben. Oh mein Gott nein, schon. Alter. Nimm das Sofa? Okay, nice. Oh mein Gott. Oh, der Bus ist wieder am Dach. Ich liege hier die ganze Zeit auf der Seite, das fühlt sich nicht geil an. Oh mein Gott. Das war ich. Hallo René. Das war wieder ich. Rass mich zu René. Oh boy. Ich bin demoliert. Oh Junge, Junge, Junge. Stimmt, vielleicht hättet ihr auch mal Bock auf der K18. Ziemlich nice. Oh mein Gott, Alter. Oh René. Ich liege wieder auf der Seite, ich fass es nicht. Kann mich hier drüber aufrichten? Ich bleib hier einfach mal liegen. Alter Brandy. Hey, danke. Irgendein Japaner mit Fragezeichen im Namen hat mich auf die andere Seite gedreht. Aber man kann das Geschehen gut beobachten von hier aus. Ich bin super gut unterwegs, aber ich komme nicht nach vorne auf diese Liste. Aber René, nein, fahr doch nicht vorbei. Eieieieiei. Eieieiei. Ich will auch mal jemand demolieren. Los, Calvin. Alter, der Bus. Was hat der denn für eine Stabilität? Ich fahr frontal in den anderen rein und dreh mich auf die Seite. Ah. 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 Mann, independentist, 30€ an. Maja. Mann. Mann, Mann. 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 Oh. Mann. Mann. Das war schon falsch. Zum Rektion-Youtuber. Das ist doch sicher... Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Oh, Mann, ey! Boom! Boom, Raster! Hi, René! Ein bisschen Nitro wäre für den Bus eigentlich ganz gut. Kritischer Scha... Oh, mein Gott! Ja, Mann! Rekken! 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 Einmal mit Profis arbeiten. Ich klicke immer noch auf der Seite. Oh, mein Gott, ja, okay. Zwölfter! Elfter! Oder? Ja. Ja, zwölfter. Sechster. Ah, das gibt's doch nicht. Wer hat gewonnen? Ich glaub, Brandy ist zu uns, ne? Fragezeichen. Brandy ist auf 3! Nicht schlecht! Aber die hat auch ein A-Auto, ne? Oder D oder R? Was hast du gesagt? Brandy ist ein R? Sieh! Guten Nacht, Erik! Ich nehm' ein anderes Fahrzeug. Das ist ja... Das funktioniert ja gar nicht. Wie? Also wie kann ich ein anderes kriegen? Äh, du gehst auf Wagen wählen und die lila markierten kannst du alle leihen quasi. Ich glaub' damit kriegst du halt einfach nur kein Geld, glaub' ich. Oder irgendwas. Oder keine Erfahrungspunkte, aber du kannst die Autos halt nehmen. Alle lila markierten kannst du nehmen. Komm gleich wieder, ich hol mir auch mal ein Eis. Boah, Leute, jetzt muss ich aber auch nachziehen, ne? Ja, klar. Ich hab' gestern bei nem Oval-Rennen Eis gegessen. War sehr lustig. Dann... Ja. Äh... Hammerhead oder Starbeast? Ich überleg' gerade. Oh, der Rammer, der heißt schon so, oder? Robustheit 6,9. Paint Shop. Wie, man kann die lackieren? Wo? Ach da, Lackiererei! Man muss hier komplett Sandfarben machen, dann bist du schön getarnt. Das funktioniert sogar. Hört ihr mich? Ja. Okay, ich komme. Geht's weiter? Ja, in 90 Sekunden. Ach so. Hab' noch Zeit. Gab' kein Eis mehr. Hm. Jetzt hab' ich M&Ms. Der Günni 16 ist dabei. Die Banane war noch besser als das Eis, ja. Was hast du für eins, René? Er hat M&Ms, kein Eis gehabt. Uff, geil. Ja, ich hab' nur M&Ms, kein Eis. Und ne Cola Zero. Och, Leute, ey. Ich hab' Wasser. Mann, Mann, Mann. Jo, danke. Guten Hunger. Dir auch. Hört man das Knuspern? Nö. Vielleicht hört' man aber das Knuspern deines Autos. Hahahaha. Mahlzeit, genau. Ja, um die Uhrzeit. 10 Uhr kann man schon. Du fährst doch den Rocket. Was fand ich? Rocket? Ja, kann sein. Ja, du kannst theoretisch ein stabileres Auto nehmen, ne? Was denn noch? Du kannst unter Wagen wählen und die lila markierten kannst du nehmen. Der Rammer zum Beispiel, der Rammer, der ist sehr stabil. Wenn man den hat. Warum fährt Calvin auch den Rocket? Ne, ne, ihr könnt die lila markierten einfach nehmen. Fährt ihr schon? Bei mir ist ein Schloss davor. Echt? Okay, komisch. Der OEL suck, der ist drin. Alrighty, Leute. Calvin hat lauter geknuspert. Ja, der Knuspert wird immer lauter. Und schnell. Calvin ist der schnellste... Real, real talk, ne? The real talk. The real talk. Calvin ist der schnellste Schnitzelser, den es... ...nähten gibt. Niemand ist schneller ein Schnitzel als Calvin van der Le. Früher, als er 18 war, haben wir bei der GT Master immer Schnitzel gegessen. Bei der Schnitzel. Und wenn ich eins gegessen hab, hat er in der Zeit zwei gegessen. Ja, so ist das. Oh, das ist ja ein geiles Session hier. Du kannst runterfliegen von der Straße, ne? Und dann? Dann bist du ja weg. Dann bist du raus. Dann kannst du aber respawn oder wie es auch immer heißt. Oh. Der Dave. Ich sehe einen Bus, wie das ist. Das ist nicht du, Dave. Nee, nee. Ich hab jetzt was anderes genommen. Der Bus war nicht geil. Also fahren viele Busse mit. Alter. Frecke! Das war der erste Nummer eins. Nee. Wartest du? Nein. Alter. Das war der Bus. Aber ich bin nicht hergeflogen. Oh! René. Einen Lauf nehmen. Mal gucken, wie wir treffen. Boah. Alter! Ui! Oh! Das ist ja der Schluss mit lustig hier mit dem Bus hier. Ich bin demoliert. Dave Gaming! What? Ich bin hinter dir. Oh boy! Ich bin demoliert. Sorry, du hast keinen Kill abbekommen. Oh, ich bin auch wrecked. Ich bin auf letztem Platz. Eieiei. Oh! Ich fall! Ich fahr den Kackberg da runter wieder. Eieieiei. Oh, die 8 wäre nice. Das stimmt. Kann mich jemand befreien? Ich häng' unterm Mähdrescher. Kevin, was machst du da? Alter, ich bin so schlecht auf diesem Server. Ich hab' doch niemand gerankt. Ja, ich auch nicht. Jetzt liegt's am Server. Manu, viele Dank. Subt in den 14. Monat rein. Halleluja. Unglaublich 14 Monate bei seinem so hübschen Streamer. Oh, danke dir, Manu. Uuuuuh. Der König. Nee, krass. Schön. Oh, Mann. Ich bin so schlecht. Uff. Ah, dieser Scheiß. Mann. Hey, René, hi. Ja, guten Tag. Weißt du mit dir erst mal? Oh, racked. Ich hab' mich gereckt. Ja, ich weiß, Mann. Direkt auf 5 gesprungen. Das war auch kein großes Können, ey. Ich hatte nur ein Prozent oder so. Weißt du, in iRacing verschlag' ich mich jedes Mal. Der König jetzt kriegen. Jawoll. Der volniert. Und ich bin weg. Oh, ja, ja. Kann man unten weiterfahren? Geil. Das ist ein reines Glücksspiel hier. Nein. Das ist... Diese Runde ist... Okay, Calvin ist vor mir. Okay, das ist reines Glücksspiel. Junge, Junge, Junge. Bester Moos. Ciao, René. Ciao, René. René. Vielen Dank für die 10 Euro. Man hat das 10? Hab' ich grad' nicht sehen können. Und Rennfrosch Subzitter, der war in den dritten Monat rein mit Crime. Danke, Rennfrosch. Oh. Merci, merci. Vielen Dank, vielen Dank. René. Oh. Ich soll's jetzt killen? Ei, 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 ei. Verliert man Punkte, wenn man, äh, gerackt wird? Ne, glaub' ich nicht. Ja, ich glaube schon, weil ich hab' mir nicht zugefallen. Boah, ich bin dritter. Ich bin wieder Vorletzer, ey. Ich glaub' ich spinne. Der Pinker ist Spider. Ui. Das war schlecht. Boah. Ja, Willi. Oh, der Genie. Irgendjemand hier wegrammen. Ich war größt, bevor ich bei irgendwem bin, weiße, vernichtet der irgendwie anders. Ah. Hi, René. Ja. Oh, mein Gott. Ich lag auch René drauf. Ja. Auf die Stirn tätowieren. Okay. Alter, mein Koffer sieht so schlecht aus. Welchen Platz seid ihr? Auf neun. Sechster. Siebter. Weg, René! Mach Platz! Alter. Und Jack HD haut 500 Bits raus. Viele Dank mal lieber. Ja, stimmt. Rackfest ist ja eigentlich auch große Neuner als GT Masters. Ich will auch mal jemanden racken. Wir hatten gerade eine Donation. Hallo. Danke für den Tipp ins Eiskasse. Ach komm Leute, weißt du, wisst ihr was? Ich kaufe mir direkt noch ein paar Snickers Eis nächste Woche bei den Donationen. Alter! Yo! Bernie Sanders hat mich halt super hart weggemacht. Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich ihn jetzt nicht mehr wählen. Ja. Alter. Kannst du ja kurz gucken weg. Wer gibt den Tipptas? René haut mich einfach raus. Oh Gott. Echt? Weiß gemacht? Ja, wir sind brutal aufeinander zugefahren. Jawohl, ich habe einen demoliert, meine erste Demo! Jawohl. Ich habe im letzten Moment noch einen gekillt. Vier Demolitionen. Ja. Ey, 15. Ich glaube, ich spinne. Fünfter. Das ist purer Skill gewesen, die Runde. Ja. Warum hatte ich genauso? Warum ist Calvin vor dir, René? Der hat doch 380 Punkte weniger. Oder geht es darum, wie viele Leute man demoliert hat? Keine Ahnung. Ich bin neu bei dem Spiel. Und Ultran8tro... Wat? Vielen Dank für den Prime Sub, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Der Göni war letzter. Wer hat eigentlich getippt hier? Ich kann es gar nicht sehen auf meinem Chat. Ich bin es auch gerade nicht. Ich gucke bei mir auch gerade in den Chat rein, aber ich kann es auch nicht finden. Hattest du auch eine Donation oder was? Ja. Aber ich finde es nicht. Ne, ich auch nicht. Kevin Flo, könnt ihr nochmal den Namen im... reinhauen im Chat? Ja, könnt ihr den Namen reinhauen, von wer... ähm... gespendet hat? Von 86 Rips. Oh, das sage ich jetzt am besten nicht. Ich habe geschrieben. Oh Gott. Das ist ja fies. Habe ich das gleiche gemacht? Fail Junkie, Gute Nacht. Okay. Set ready. Mr. Musumeli. Kann ich nicht als mal einsetzen. Noch mal vielen Dank dafür. Ich konnte mich eben nicht viel bedanken. Doch. Noch mal vielen Dank. Ich glaube es waren 10 Euro. Top, danke dir. Jetzt wird aufgeräumt. Kieskauer ist am Start. Ei, 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 ei. Jetzt müssen wir uns warm anziehen. Warm anziehen. Ich setze schon mal meine Mütze auf. Ach ja, übrigens hier, das ist... Kann man es erkennen? Kieskauer. Ein Teil der neuen Kollektion. 3-Wide-In-Banger-Race wäre auch lustig. Oh boy. Ähm. Seid ihr gerade wieder in einer neuen Lobby jetzt? Ne. Ich habe nichts gemacht. War ich nicht bereit, oder? Ich musste mich als bereits setzen und dann... Wo seid ihr? Kieskauer ist da. Dave, du bist bei mir. Du musst mich bereits setzen. Okay, ja. Weil gerade eben dachte ich, es ginge schon los, aber... kam wieder eine Ladezeit bei mir. Mr. Musomelli, danke Kollege für den... für den Donation. Wie gesagt, das kommt direkt in den... äh... Eiskasse rein. Für nächste Woche. Dann haben wir den gleichen Donator gehabt. Na? Dann haben wir den gleichen Donator gehabt. Hat er auch? Ja, ja, hat bei mir auch gedonatet. Geil unterwegs. Richtig, Ehrenmann. Ehrenmann. Calvin definiert den Begriff Iced Out neu. Fuxi Mike. Du meinst die Cap, oder? Die ist doch cool geworden, oder? Also, wenn man das richtig... Also, hier unten natürlich... Nee, von da nach da. Rast. Und René ist auf dem Kopf. Wobei die 3... E. Und das E. Die 33... äh... sein soll, ne? Aber wenn man es auf dem Kopf liest, dann heißt es auch René. Aber das auch... Ja, Freunde. Ich hab Vodafone angerufen, aber die können mich eigentlich nicht helfen. Die sagen einfach, die haben im Moment Störungen. So sieht's aus. Ja, die haben die ganze Europa Störungen. Das ist übel bei denen aktuell. Also, dein Betray geht auch die ganze Zeit hoch und runter? Ja. Bist du mit Vodafone oder Telekom? Vodafone. Ich bin auch. Ich bin auf diese 1 Gigabyte Sache jetzt geupgradet. Dachte mir, das wird besser, aber ist genauso schlecht geblieben. Ja, ey, im Moment sind ja, glaub ich, eh alle Leute online irgendwie. Und ich glaub, teilweise gibt's da halt einfach Riesenprobleme, wenn da alles so überlastet ist. Deswegen schwierig. Aber ja, bald wird's hoffentlich wieder besser. Ich hab letzte Woche, also diese Woche eigentlich, 200 I-Rating verloren, nur weil mein Internet ausgecutt ist. Der schneidet komplett aus bei mir. So, es geht los. Oh boy. Oh boy. Da ist, da ist ein Rasenmäher. Jawoll, Kelvin. Oh scheiße. Neck, wie, wie kann ich so eine andere Twitch-Server verbinden? Das hab ich noch nicht probiert. Alter. Ja. Dieses Auto aussieht schon. Oh. Eieiei. Das war schlecht. Oh. Alter. Ich hab ihn gereckt. Alter. Du hast mich gereckt? Ich bin ein Arsch, Alter. Du hast gar nichts gemacht. Ui. Ich hab mich jetzt gerade gereckt. Oh, Brandy. Ohohohoho. Alter. Ah. Habt ihr Automatik oder habt ihr Schaltung? Automatik. oh mein gott wo seid ihr eigentlich ich bin in die mitte ich auch alter mit einem stoß das ist dein aus du kiesbett parker das gibt es gar nicht mein auto kann gar nichts also ich fahr frontal so rein schon wieder demoliert oder was ich komme kollege ja bei mir auch ok danei ja 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 da haben wir den server gecrasht er war wieder so andere suchen sollen wir einen normalen race machen ja können wir machen. Ey, wir können irgendwann, wo die 8 ist. Sucht euch mal einen Server aus. Ja, Maximilian, wir versuchen jetzt gerade einen neuen Server zu suchen. Sucht euch mal einen Server aus, ich komme hinterher gleich. Ich komme gleich wieder. Okay. Ihr könnt meinen... Was wollen wir eigentlich? Mein Chat unterhalten. Jetzt können wir bei René das dann. Auf geht's, Kevin. Ja, Gossip. Ja, was kannst du mir so erzählen? Ich bin ja nur auf Spotify, die Tunes ging ab, ja. Geht ab. Banger Race, komm, wir machen Banger Race. Ja, machen wir. Aber die Frage ist, wo? BRL Racing, Banger Race, Dachloop, 4 aus 20. Darf es aber schnell sein. Okay. Ja gut, dann komme ich hier nicht mit. Das ist halt das Schwierige, wenn wir jetzt schon Server suchen, ne? Er ist schnell, der Kollege. Ja, oder warten wir noch auf ihn, oder? Boah, ich mache hier kurz ein besseres Auto. Vielleicht ist das im Moment jetzt. Stimmt, René hat doch verraten, dass Calvin schnell Schnitzel futtert. Was kann Calvin verraten? Was kann René richtig schnell? Nix. So, ich bin zurück. Schnell auf Zulette. Richtig schnell auf den Klo gehen, das kann ich. Ja, wo mache ich Upgrades? Was soll ich machen? Also Marketer. Ich bin nicht auf Zulette gegangen. Ich bin wieder die Wand gegangen und flog gepinkelt. Ein Rämmer. Was brauchen wir für einen Banger Race? Was ist das Beste? Was geht? Ja, Leistung. Ach, herrlich. Schauen alle gleich aus mit mir. So, was gibt's, was geht, was geht ab? Ich hab euch gehört auf der Toilette. Hast du auf der Toilette beide Streams laufen, oder wie? Ja, muss auch so sein. So, was machen wir? Wo seid ihr? Noch nirgendwo. Ich habe ein neues Auto gekauft. Ach, ich mache kurz Paintjob, ja. Nein, mach doch keinen Paintjob, lass uns einfach fahren jetzt hier. Paintjob, Alter. Paintjob kannst du in der Pause machen. Ist ja wie eine Frau. Sorry. Ich glaube, du musst es nicht konkretisieren, wir wissen alle, was gemeint ist. Hier, komm, ich geh mal hier auf den Server rauf und ihr folgt mir einfach. Geht auf Freunde. Oh, das Ding sieht jetzt hässlich aus, ey. Ja, wenn wir Freunde wären. Ja, schade. So, Dave, das war's dann für dich. Ja. So Leute, danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Nein. Also, ich bin auf Phoenix Place. All Races. Hm? Wie viele von wie vielen sind dabei? Oh, das sehe ich jetzt nicht mehr, warte mal. Server Info, 20 Spieler max. Äh, 13. Oh. Es ist ein deutscher Server, Phoenix Place. All Races. Ja, Germany, ja. All Races, no Rules, ja. Aber es sind sechs Minuten erst. Da ist eine, zwei runter, Swedish Folk. Sieben aus 24, eine Runde noch. Also cool. Danger Race. Sieben von 24? Ja. Siehst du denn? Noch nicht. Oder wie? Swedish, All Cars, 7 aus 24. Jo. Aber da haben wir keine Chance mit unserem Auto, das weißt du schon. Warum? Ja, weil wir Klasse C sind. Und die fahren mit Klasse A. Die gewinnen ja easy. Ich, ich habe ja ein neues Auto gekauft. Welche Klasse bis jetzt? Keine Ahnung, aber... A-Klasse. Ne, ich bin C. Ja, sorry. Ich bin C 109, Alter. Du fährst eine C-Klasse? Nice. Ja. Bei mir kommentieren... Ei, 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 ei. Geiles Lied hier am Start. Sunday Best, Freunde. Na, Nice'n auch am Start. Auf geht's, Nice'n. Ich kann einer meiner Mods auch mal mitfahren und euch zeigen. Suchen wir jetzt einen neuen Server, Freunde. ja immer noch uns einzeigen über fährt c klasse und dann müssen wir suchen wenn wir länger sie klaus wo sucht man das achte maximal c klasse wagen klasse die german die von front noch fünf aus 24 der as asyl um ja da reden ich glaube ich bin drin ich glaube ich bin drin warum haben die überschriften alle so komische farben was haben wir noch so an geilen musik die 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 b Savior abgott was sehen wir vor das ich könnte nicht in meinem ryanai sinne rocket echt demne so fara auto Jawohl, ich nehme den Sofa-Wagen Was hat der für eine Stabilität? 1,0 Robustheit Ach Gott, das geht doch nie gut aus Nur gepanzerte Autos, steht da Wo steht das, Kevin? Hä? Mein Mod schreibt gerade, wir sind nur gepanzerte Autos erlaubt Was sind gepanzerte Autos? Ja, wenn man halt ein bisschen Aber ich sehe das hier nirgendswo, steht das Bis morgen, Jessica Schau mal bei Info Sehe ich nix Boah, keine Ahnung Gepanzerte Autos Seht ihr das irgendwo bei Info? Nö Vielleicht ist damit gemeint, dass das Sofa nicht genommen werden soll Ich weiß nicht, ob ihr das Sofa seht oder nicht, aber wenn ihr sehen könntet Achso, in umgekehrter Richtung fahren ist gleich Ban, okay, das sollten wir nicht machen Die Scala wurde gekickt Wo steht denn das? Eieieieie, es läuft schon wieder bei uns Wie lange fahren die denn noch, Alter? Waren die überhaupt noch? Und ich glaube, niemand hat bereit gedrückt Also, der Host hat noch nicht bereit gedrückt Der guckt jetzt wahrscheinlich durch, ob alle Ob alle gedingstet sind Ich hab das so verkraft Warum das denn? Oh, Leute Das ist doch kacke Immer wieder das gleiche hierbei ist Ich geh raus aus dem Server Immer das gleiche Nein, tu es nicht Ben startet nur 30 Sekunden Calvin ging da auch raus Nein, bleibt ruhig drin Ja komm, das wär jetzt doof Ne, ich komme Wo bist du jetzt? Ich komme Was los? Da ist er, sauber Was los? Ich bin noch nicht bereit Als Bereitsetzen, so Wie viele Sekunden noch? Acht Sieben Sechs Jetzt Ja Sind drin Sauber Mr. Musumeidi Vielen, vielen Dank für die 10 Euro, mein Lieber Für den lustigen Abend Merci, mein Lieber Ja, da wird ihr auch Jetzt haben wir alle 10 Euro gekriegt Geil Oh Ehren Musumei Woha 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 Ui Alter, nein Das ist ja Katastrophe hier Ich hatte da jemanden Doppeldecker, lol Woha, das ist ja eine Katastrophe hier Nein, Quatsch Wo bist du denn? Ich kenn die Strecke nicht Oh Mann Ich hab die Ecke gedreht Tschüss Tschau, Leute Alter Der Helmut Eieieieiei Ist das schlimm hier, was hier abgeht Ich fahre aber auf alle Wo bist du denn? 12 10 Du bist in den blauen Kader immer noch Nee, ich glaub grün Ohohoho Wie die alle wegschäfern, Alter Warst du das? Nee, ich bin nicht zu dir Mein Auto ist so langsam Alter, wie das hier scheppert überall Oh Ich bin hinter dir, René Boah, ich scheppert schon wieder Bernie Saunders Alter Oh, ich suche gerade das Gesamt-Rating Wie macht man das nochmal auf? Ah, let's get smashed, ja Das heißt nicht, mich smashen, Freunde Ah, da bist du okay, mit Komm her Ich bin bei deinem Nix-Pailer, ja Der René, komm, wir müssen den Wände holen Alter, hört auf mich zu drehen, Leute Ich dreht lieber Calvin Don't spin Dave, spin Calvin Der Queen of Pianni, der Alter, was machst du da? Ich wollte nach vorne, Mann Vorne ist da, wo ich bin Bump draften, Calvin Nein, Spaß Da wird mal wieder Zeit, Kollege Oh Arschloch Jaui Komm, ist noch ein Eis Ui Ach hier, kleiner Tipp Achso, gut, jetzt spielt ihr mit dem Lenkrad Keine Ahnung, welche Taste es ist Aber ihr könnt das gesamte Tast mal aufrufen René ist sechster, wow Ja Hallo Klingt überrascht Crashen kann ich Oh Mann, Queen of Pain haut mich raus Off track, genau Der Nico 34 Helmut Jetzt ist Feierabend, ihr Kollege Helmut mit Kind Was? Helmut mit Kind Helmut mit Marco War der auch alle mit dem Lenkrad, ja, ne? Ich fahr mit dem Controller Ui 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 Das war aber schlimm Kelvin fuhr gerade, ja, gegen Himmel Wreckt Komplett Geh ne Ich bin raus Ich bin raus, ohne René René René, auf 5 Auf geht's, hol dir das Podium Karler Hospital, René Ach Gott, nein Ich finde es aber einfach geil Wie die Autos nach zwei, drei Runden aussehen Komm René, push Mach ich doch schon Oh, viel, viel René Wow Alter, hol dir das Podium Oh, ich fahr gerade an Calvins Leiche vorbei Also Auf den Rack Oh Gott Ziel, Podium Nee Sauber So, Freunde, haben wir ein paar Vokale raus für René in den Chat Wenn noch ist sie vorbei Alter, so ein Arme So ein Penner Hast du das gesehen? Nee Ich bin raus Du kannst aber zuschauen, ne? Ey, es gibt's doch nicht Ich bin siebter Da ist einer ungebremst in mich reingefahren Trotzdem Ungebremst Für die Leistung ein paar Pokale Boah Vielleicht noch halb so viele, wie man sonst posten würde Schauen wir mal Willkommen bei Rackfest Danke, Brandy Wer war das? Kann man hier irgendwie zurückspulen? Ei, 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 ei Das wäre schön geworden So, Freunde Ich verabschiede mich Ja Ich würde jetzt den ILMS fahren Um 11 Uhr Muss mal ein bisschen trainieren auch Uh Ich muss diesen Diesen Ähm, ja, ich würde streamen Aber Mann, ich muss diesen I-Rating endlich mal wieder zurückbekommen Irgendwie Ja, ich fahre noch das eine Rennen und dann mach ich mich auch off Juh, dann fahre ich auch noch mal das eine Rennen Komm, Calvin, das eine kannst du noch fahren Ich bin schon raus aus dem Spiel Aha So, bereit setzen Aber hol dir die 6k mal Ja, Alter Jetzt muss man Gas geben, ja Mal gucken, wer zuerst sein Ziel schafft Du 6k oder ich 3k? Ich bin auf Road to 3k Mittlerweile Ich auch Down to 3k Nice DJ Bench auch am Start Diana, meine beste Runde 1-0-1-0-0-0-1 Da hättest du programmiert Nur gepanzerte Wagen erlaubt Egal Wir fahren mit Danke Nein Tico, alles gut, Alter Ich mach hier gerade den, äh, den Titel Ich bin schon dran King Racing TV, es gibt kein Passwort dafür Ich muss einfach auf den Server kommen Das ist gut, schläft Calvin eigentlich auch in seinem Rick? Ich werte das als ein Ja Hat er das gesagt? Schläft Calvin Weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du den ganzen Tag nur Sim spielst und dann verlierst du trotzdem noch i-Rating? Das ist das Überschlimmste, was passieren kann War ein bisschen skippy Was ist denn schon wieder los? Warum, warum setzen sie sich nicht bereit? Die Admins Ja, die wollen wahrscheinlich irgendwas tun Okay, Freunde, ich würde auf ein anderes Discord gehen Danke für den Spaß heute, ne? Jo, dir auch, vielen Dank Ciao, ciao Ciao Obwohl, mein Wagen ist gepanzert Ja, ey, mit dir an Bord, immer So, schauen, kann ich mein Auto tunen? Könnte ich Gute Nacht, Kai, ähm, drive, F-Drive So, jetzt fehlt, ah, jetzt geht's los Jetzt geht's los Bei dir geht's auch in deinem iRacing gerade ein bisschen bergab, oder wie? Bei mir? Ja Och, ich geht ja immer bergab Geht immer bergab bei mir Ne, ich hab ihn heute spontan so ein BMW Fix Race gef- Ohne eine Runde vorher zu fahren, bin ich einfach ins Rennen gesprungen Uh Und hab irgendwie trotzdem plus 60 iRating gekriegt oder so Oh, das ist nice Okay Oh, P3, so, geht los Toi, 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 mein Lieber Jo, hau rein, ne? Mach ich Alter Oh Jawohl, Führung, ey, nee Pushing Ach man, ey, ernsthaft Ernsthaft Das ist nicht euer Ernst, oder? Haben die nicht in die Kurve reingebremst, oder wat? Ne, aber ich war der Bremsklotz Ja Da ist halt leider Rackfest Moin Warum passiert immer sowas mir? Ich weiß es nicht Dave, hi Hi Ich glaub in Rack... Alter Ich war das, ich war das nicht, ich war das nicht Ich seh's, ich seh's, Einhorn-Sugar In Rackfest passiert es, glaub ich, immer den Streamern Die sind halt ne beliebte Zielscheibe häufig Oh, ich schon wieder Alter, was fliegst du da lang? Oder was tut es nicht? Ach nee, da bist du Alter Du hast kein Leben mehr Oh Ich hab Five second fantasy It's a joke 22. von 23 Kritischer Schaden Wenn ich noch einmal irgendwo gehen fahre, dann Oh Daher kleine Vorwarnung Da kommt ne kleine Überschneidung Ich hab dich überschlagen Autsch Ein Prozent hab ich noch Ja, und dann fass ich sowieso mehr auf die Oh, verdammt Ah, schau Die Streckenvariante kenn ich irgendwie nicht Das ist ja wie am Lause trinken Nico, korrekt Wow Nice Das war nice Wie geil diese Doppeldecke einfach aussieht Alter, ich hab doch ein Prozent und ich werd hier gerammt Mann ey, was macht ihr denn hier alle? Komm, haut ab Ich will nicht sterben, bitte Alter Alter Die fahren hier Ja, der Einhorn-Sugar drückt mich halt komplett in die Wand Alter Okay Was macht ihr denn, Leute? 50 Prozent leben Doch, das war's für mich Eiei Eiei Uff Eiei Was ein Kack Mann Ripped, aber ey Autsch Ist auch weg oder was? Jetzt lieg ich da, wo du grad gelegen hast Ja, fast Haben noch 40 Prozent Leben immerhin Auch wenn das Auto Auch wenn das Auto nicht so aussieht Oh mein Gott Sooo Einmal weg Ja, da geht gar nichts mehr Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich bin hängen geblieben Auf der Strecke Auf der Strecke Ich hoffe, bei mir geht nichts mehr, ne Oh Oh, Bernie Sanders hilft mir zurück auf die Spur Danke, Ehren-Bernie Ach, Leute, ich hätte auch einfach zurücksetzen können Lol Ja Oh mein Gott Jetzt bin ich auch raus Oh Gott Oh, Himmels Willen Ja, RIP Eieieieiei Ja Alles klar, ich bedanke mich bei allen Leuten, die das Dave! Ja? Ja Was machst du? Ich, äh, bin raus Oder was meinst du allgemein? Oh! Nee! Nee! Nee, RAS Kannst du jetzt hier aufhören zu streamen? Mach ich auch nicht Ich fahr gleich oval Okay Ich dachte gerade Ich dachte, du haust jetzt ab Nee, 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 nee Ich mach nur immer nach den jeweiligen Videos Also ich mach daraus immer später Videos Und mache immer so eine kleine Abmoderation Und dann geht's im Stream weiter quasi Ah, sorry, hab ich jetzt eine Abmoderation gestört Ach, Quatsch Um Himmels Willen Alles super Ja, perfekt Ich wünsch dir noch einen schönen Abend, ne? Hat Spaß gemacht Jo, dir auch Vielen, vielen Dank nochmal Gerne, gerne Machen wir nochmal wieder Ja, gerne Immer dabei Also, hau rein Jungen Jo, bis demnächst Bis bald, ciao, ciao Ciao Ja, ihr Lieben Damit sage ich auch So, vielen, vielen Dank Für alle, die im Video dabei waren Gern einen Daumen nach oben da Gern ein Abo raus Und wir werden beim nächsten Mal live dabei sein Und auch, äh, ja Die anderen Duser auschecken auf Twitch Und, äh, hau rein Ciao Ciao